Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute La und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder euch so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um das Zinrock-Item, was mir noch fehlt. Und ja, ich würde sagen, wir machen wieder ein paar Kisten auf. Insgesamt sind es wieder 100, die ich öffnen wollte. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal ein bisschen Glück haben, dass wir Zinrock einmal rausziehen. Und dementsprechend kaufen wir jetzt hier mal vom Bran-Bronze-Bad die richtigen Relikte. Ich hoffe, dass ich es in dieser ganzen Videoreihe nicht einmal verkacken werde. Und zwar, wir brauchen trollische Archäologie-Relikte. Davon kaufen wir 100 Kisten. Ich glaube, die kann man nämlich nicht oben wieder zurücktauschen, oder? Ich werde es jetzt gleich mal testen, ob man sie theoretisch zurücktauschen kann, aber ich meine, es geht nicht. Heißt, wenn man es verkackt, dann ist es bitter. Dann ist es richtig bitter. Dann hat man halt irgendwelche Relikte von einer Fraktion, die man gar nicht brauchen kann. Übrigens, es gibt nicht nur hier im Tal quasi, in MOP, die Möglichkeit, die umzutauschen, sondern auch bei anderen Archäologie-Lehrern. Ich habe das sonst, glaube ich, immer in BFA gemacht, in Boralus. Und zwar habe ich ja da auch schon ein Video gehabt, wo ich diese Kanove gefarmt habe, wo das Rezept von dem Sandstein-Drachen drin sein kann. Also das ist ein Alchemie-Rezept, so rum. Und ich habe, meine ich, auch schon einen T-Mock-Stab gefarmt, aber das ist schon teilweise recht lang her. Ich glaube, die Kanove mit dem Sandstein-Drachen-Rezept ist zwei Jahre her und der Stab, den ich damals mit dem Druid gefarmt habe, der ist, glaube ich, sogar vier Jahre her. Also das, ja. Aber jetzt, alle zwei Jahre, mache ich ein Großprojekt in Archäologie. Und dann würde ich sagen, legen wir wieder los, machen wir hier einmal Trolle auf und holen wir erst mal die Relikte alle raus. Ich habe ja beim ersten Mal, wo ich hier die ganzen Relikte ausgepackt habe, also im ersten Teil, auch schon ein bisschen erklärt, wie das alles funktioniert. Falls ihr da Fragen offen habt, guckt am besten da rein. Da habe ich das alles ein bisschen ausführlicher erzählt. Und da mal auch ein bisschen mitgerechnet, wie viele Relikte ich jetzt etwa aus diesen 100 Kisten rauskriege. Und das, was ich so ausgerechnet habe, waren es etwa 800, also im Schnitt pro Kiste etwa 8 im Schnitt, die ich kriege. Als Zwerg kriege ich ein bisschen mehr, da ich so einen Volksbonus habe. Deswegen habe ich den Schauex erstellt und nach der Waffe benannt, oder so fast halt nach der Waffe benannt. Der Name war leider schon vergeben, also da hat schon mal jemand auf dem Server die gleiche Idee wie ich. Und dachte sich auch, komm, ich nenne meinen Schad Tinrock. Jetzt heißt er halt Tinrock. Naja, ist relativ nah dran, würde ich sagen. Ich muss immer so ein bisschen ein Auge drauf werfen, dass ich hier nicht so viele Kisten aufmache. Ich habe mir nämlich das letzte Mal ein Makro erstellt. Und man kann hier ein bisschen overcappen und verliert dann ein paar Relikte. Das ist jetzt nicht riesig wild, weil man nicht eine komplette Kiste verliert, sondern halt nur immer einen Bruchteil. Also wenn ich jetzt hier sechs Relikte rauskriege, dann ist eins weg. Wenn ich zehn rauskriege, sind halt fünf weg. Sobald ich aber bei 200 bin, kann ich die Kisten eh nicht mehr aufmachen. Also dann werden die quasi nicht gelootet. Aber dieser Überhang wird quasi der verschwindet im Wirbeln Neter. Und ja, also das macht mich jetzt nicht arm. Davon werde ich es wahrscheinlich auch nicht kriegen. Aber wenn du halt öfter die Relikte her schenkst, das summiert sich halt dann doch zusammen. Ja, und leider bestätigt sich das, was ich aus dem Stream hier mitgekriegt habe. Wenn du aus den ersten beiden Rares das nicht rauskriegst, dann wird es zäh. Das dritte Rare-Teil, das braucht anscheinend E-Lush-Tint. Und es kann halt auch, wie schnell, da müsste ich vielleicht meinen ersten Teil nochmal angucken, wie schnell ich die ersten beiden Rares gekriegt habe. Das war eigentlich, glaube ich, relativ zügig. Also wenn ich jetzt hier mal alle Kisten, die ich vorgefarmt habe, durch habe, vielleicht wäre es sogar echt sinnig, das mit verschiedenen Shars dann zu farmen, immer bis man beide Rares hat. Wenn das so stimmt, wie mir das gesagt wurde. Aber bevor ich das mache, machen wir erstmal alle Kisten auf, die ich schon vorgefarmt habe. Dann farme ich einmal Troll-Relikte an sich, weil ich ja einfach wissen will, ob das vielleicht auch eine valide Möglichkeit wäre. Und dann können wir solche Sachen testen. Also aktuell habe ich ja eh nicht mehr so viele Sachen offen, die ich machen muss, abseits von Shadowlands und Dragonflight-Raits. Deswegen stürze ich mich jetzt gerade so auf diese ganzen bisschen beschissenen Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Und Zinnrock ist definitiv eins von denen, die in die beschissene Kategorie kommen. Aber naja. So, jetzt sind wir wieder hier. Oh, 98, ne? Mal gucken, wie gut jetzt hier die Troll-Tafeln weggehen. Die habe ich mir ja zum großen Teil im Auktionshaus gekauft. Ab und an kriegst du hier auch aus diesen Kisten diese Troll-Tafeln. Aber nicht in der Frequenz, dass es alles abdeckt. Also ich kann ja hier immer zwölf extra Fragmente mit reinbasteln. Und ja, ich meine, ich habe mir 300 gekauft. Jetzt habe ich noch 252. Also knappe 50 sind schon weggegangen. Knappe 50. Schauen wir mal. Bis jetzt schaut es leider schlecht aus. Können wir vielleicht nur ein oder zwei Dinge aufmachen. Und dann sind wir mit der Folge auch wieder durch. Schade. Ja, nee. Sollte leider nicht sein. Wir sind wieder mit einer Folge durch. Und haben leider wieder nichts gekriegt. Juti. Ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder. Da werden wir dann wieder 100 aufmachen. Und wenn ihr wollt, schaut ihr da gerne rein. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. und dann